Was ist mit dem Wetter hier? Ich weiß auch nicht, ob der liebe Gott mit uns vorhat. Aber wir warten dann noch bis zum schönen Vormittag. Vielleicht wird der Sonne reißen. Das ist ein bisschen schrecklich. Das ist ein bisschen schrecklich. Ja, ich würde mich nicht schrecklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020